hey youtube was geht ich bin es euer gugaza und heute mal mit einem extrem coolen neuen ding was ich gefunden habe wir spielen gerade die horror map black light mit dem black light texture pack und ich habe einfach zufällig irgendeine karte genommen und dabei ein resource pack bei und ich habe es einfach gestartet und aufgenommen und hier sind einige einstellungen für settings halt ganz normal was die von einem erwarten so zu den regeln 1 keine blöcke kaputt machen 2 nicht in betten schlafen 3 keine monster töten wird mir schwer fallen aber da werde ich mich wohl daran halten ich würde jetzt halt so kleine messer schleif geräusche machen aber mit dem und hört sich das nicht halb so toll an wie wirklich und man soll die karte spielen wenn man epileptik also epilepsieanfälle hat okay so schlag den knopf zum start leg okay 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 falscher knopf so mein gott ich bin jetzt mal gespannt setting game oh 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 übelkeit okay wir haben übelkeit das sieht aus wie ein krankenhaus auf zu blinken hör auf zu blinken na hey nicht blinken nicht blinken jugend heutzutage hallo hallo unordnung hier da ist man einmal im urlaub und dann hat man nur unordnung hier okay ich hoffe das ist nicht zu dunkel für euch was ist das denn hier hallo wenn das toiletten sind kann man so was macht der denn da okay aber nur ich weiß nicht okay ein klo moment ich muss mal kurz meine maus die hat ein bisschen gespackt muss ich mal ein bisschen sauber machen so gehen wir erst hier lang weil hier sind diese sympathischen gelb grauen pfeile geh auf ja okay okay gehst du auf ich hasse dich ich hasse euch türen okay gehst du auf nein gehst du auf nein aber du auch nicht helfen keine kooperation hier hast ne leiter da gehts runter aber nicht für mich ich stell aber mal die optionen von der grafikentstellung der sichtweite mal hoch auf 10 auf 10 okay dass wir wenigstens mal ein bisschen was sehen oh das scheint so eine art aufzug zu sein dann gehen wir doch mal hier hoch ich sehe nichts oh deswegen sehe ich nichts deswegen sehe ich nichts wegen der falltür hier warum klickert das so komisch hier hallo ein getter okay also nichts spannend sieht also nicht so aus als wäre hier irgendwas sinnvolles für mich auf jeden fall hier unten ich hoffe ihr seht überhaupt was ich will da nicht runter leute leute nein ich geh trotzdem einfach wie der boss da gehts bestimmt nach rechts boah boah hab ich jetzt gerade schreck gekriegt gegen dem lichter das angegangen ist ich wünsch das wäre noch irgendeiner bei mir ich fühl mich hier so ein bisschen oh gott leute ich dachte gerade da steht was oh mein gott ich wollte schon sagen afk ich muss mir eben die hose wechseln weil ich mir voll reingemacht habe oh oh er hat einen nasenbluten gesundheit y huh wa 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 nein weg Hilfe, 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 Aua, nein, das ist unfair, ich darf den nicht töten, was ist denn los, oh mein Gott, ich bin einfach hängen geblieben, nein, und von neu, und ich gehe wieder da lang, ah, warum. Wir machen das jetzt nochmal, na komm, ich will dich einsperren, sorry, dass ich das jetzt nochmal machen will, aber ich will versuchen, den einzusperren, dass wir hier ein bisschen, ich höre den die ganze Zeit, das finde ich uncool. Ist der hier unten? Wo bist du? Wow, 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 Leute, 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 oh mein Gott. Hoffentlich kommt er da nicht raus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Herzen ich habe. Und bleib gefälligst da drin, du, 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 ich weiß nicht, wie ich dich nennen soll. Wetten, hier ist auch ein Monster drin. Habt ihr das Bild gerade gesehen? Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, ich dachte, es wäre eine ekelhafte Clownfresse. Ich dachte einfach, es wäre eine ekelhafte Clownfresse. Ich wollte schon anfangen zu weinen. Was ist das hier eigentlich für Dinger? Keine Ahnung. Hallo? Isolierte Patienten steht hier auf dem Schild. Aber ich sehe da drin keinen. Hallo? Könnt ihr mich reinlassen? Pizza Lieferung? Hier stimmt gar nicht. Pizza Lieferung? Schade. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr von diesen Kameraden der Sonne. Ich weiß nicht, wie viele Türen ich hier habe, um die da drin einzusperren. Wie ich einfach schon wieder einhöre. Oh mein Gott, wie das der über mir ist, den ich in einem Raum eingesperrt habe. Hallo? Wetten, wenn ich da reingehe, das ist eine Falle? So, da steht Death Also Tod Ähm Ja Fuyu Ich übersetze das jetzt nicht, weil ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mit der Sprache und so ist Fuyu Du, ne? Könnt ihr ja, ja. Stop Sururien at me Also sowas wie Hört auf mich zu untersuchen Ähm So eine Analsonde oder so ist nicht gerade Also habe ich mir sagen lassen, das weiß ich natürlich nicht gerade so das angenehmste Ich wette, hier kommt jetzt was Oh mein Gott, wie ich voll paranoid bin, Mann Ähm Ich einfach weine wie so ein kleines Mädchen Also jetzt nichts gegen Also jetzt Ich hätte jetzt mal gesagt, nichts gegen kleine Mädchen Das hätte ich jetzt angehört, also übelst Pelo-Style Aber Oh, wie groß ist das denn hier? Hört auf zu blinken, Mensch Das ist einfach nur was Ich kann es einfach hören Was ist das? Das ist einfach die Erde oder der Mond oder sowas Oh mein Gott, wie mich diese Frau erschrocken hat Oh mein Gott, ich mach das leider noch ohne Facecam, weil ich keine habe Ich schwöre es euch Man hat gesehen, wie mir die Gänsehaut vom Nacken über die Stirn bis runter zum Kinn gegangen ist Und meinen nicht vorhandenen Bart aufgestellt hat Wie Soldaten Oh mein Gott, na, da werde ich auf keinen Fall reingehen Irrenhaus Wortwörtlich Irrenhaus Gehen wir nochmal hier hin Was ist das? Soll das so sein? Da ist Gapsbein Da ist Niklasarm Ja, sie hatten sich halt geprügeln wollen Das sieht nicht so aus, als sollte das so sein Ich bin mir da nicht so sicher Aber ich glaube nicht, dass das so sein sollte Oh Oh Ladefehler Nein, bitte nicht Schon wieder dieser BIM-Ton Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Ey, das heißt einfach Irrenhaus hier, Mann Nein Nein, 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 nein Bitte, 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 bitte Los, lauf, 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 lauf Ich hasse diese Gänge Ich hasse gerade Gänge, wo an der Seite Türen sind Ich kann es sowieso nicht ab, wenn einer hinter mir sitzt Und dann Noch sowas Was steht da? Pixel? Okay Daddy Mami Oder Mom Kann ich nicht lesen We have a great family Irgendwelche Ciano Hunde Okay Was haben wir hier Wird mich aber süß Wenn der jetzt seinen Kopf bewegt und in die Kamera lacht Dann war es das für mich Dann ist Dann muss ich leider abbrechen Wenn der das jetzt macht Bitte Oh mein Gott Ups Hat keiner gesehen Das ist so komisch Griselig Das sieht aus als würde sich das jederzeit bewegen Oh Gott Oh Gott Leute meine Gänsehaut Bitte Sinn Bitte da ist keiner Es ist einfach offen hier Ey nein Das ist welche offen Oh mein Gott Ich habe ein Standbild Das ist einfach welche offen Nein Bitte es geht nicht hinter der Treppe weiter Oh nein Okay Oh nein Oh nein Oh nein Nein die Tür ist offen Die Tür ist aufgegangen Oh hier ist einfach mal ein Raum mit Blut und so Ich hoffe die Musik ist nicht Copyright Ja egal Ich habe jetzt echt keinen Plan Wohin mit meinem Leben Jetzt muss ich mich eben an meinem Schnürbettel kratzen Ich habe gar keinen Schnurrbart Aber ich kratze mich trotzdem an meinem Schnurrbart Diese Musik Hier waren wir schon Ich backtrack jetzt mal ein bisschen Weil ich nicht weiß Wo es jetzt weiter geht Nur mal Das ist ja diese gruselige Frau Muss ich da eigentlich irgendwas machen Hat aber schöne Augen So Das ist auch noch ein blaues Auge Und ein braunes Auge Hey Ich weiß echt nicht wo Ich vermute Das hat mit diesem Ich komme jetzt nicht drauf Elevator Ich komme jetzt nicht drauf Wie es auf Deutsch heißt Zu tun Keine Ahnung Der wohnt nichts Rezeption Also Ja Empfang oder sowas Spiegel verkehrt geschrieben Deluxe Arschlecken Da ist irgendwas geplatzt Und es war nicht mein Ei Ey Wenn mir jetzt hier drin ein Monster auflaut Dann kann ich das ja nur töten Was soll denn das? Das ist viel zu eng Okay Ja aber nicht für mich Das kannst du dir mal einem anderen vorspielen Aber nicht mir Da hast du ja nicht mal alle Tasten im Ikea Schrank Was ist denn los mit dir? Ja vielleicht machst du mir noch mehr ein bisschen mehr Jetzt fange ich sogar schon an zu lispeln Weil ich so unter Stress stehe Oh mein Gott 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 Und die sagen Tötet keine Zombies Ja Witzig Camper Sorry Leute Aber das muss jetzt sein Ich versuche ihn nicht ganz zu töten Ja toll Ja immer auf mich Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab's geschafft Das sieht aus wie die Freiheit Das sieht aus wie die Freiheit Meine Chunks laden mich Ich geh einfach mal den Weg lang Oder Weg nach Sag mal so Sieht das nochmal gut Das steht Na super Und das sieht aus wie der zweite Teil Oder so ein Scheiß man Ich will nicht mehr Was hab ich mir da eingebrockt Mann Wow Knopf drücken Was ist eigentlich Wenn ich den Knopf Ernsthaft Ernsthaft So Da sind wir wieder draußen Ich hab nur ein bisschen Vorgespult Ähm Weil Ja gerade irgendwie Ja Keine Ahnung Ich bin einfach umgefallen Der D Ich glaub's Das war richtig Hier rein zu krabbeln Ich glaube das sollte man nicht tun Okay Ist aber nochmal ein anderer Weg Folgen wir dem Ist aber schön Toll Überall Menstruation Hm Und Dieser Stab Der Raus Ragt Und Blut Und Äh Wieso denke ich immer so Ähm Das ist ein Horrorspiel Du solltest sie gruseln Stimmt Stimmt das sollte ich Okay Aber Ich bin jetzt echt Perplex Was man da machen muss Was muss man da machen Ausweichend Komm schon Bin ich woanders Au Genial Was auch immer Ich versteh's nicht ganz Was da vor sich geht What the Blue Gamer Tid Said If you press All Secret Buttons In The Previous Arenas You unlock This Door Ja Wir haben alle Knöpfe gefunden Und Ähm Ja Äh Thanks for playing this map I hope you enjoyed it Mhm Hättest du ein bisschen schöner auskleiden können Hier Aber Okay Okay Ähm 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 Ja wir haben es natürlich geschafft Ähm Ist ja klar Ist das gerade Beerdigungsmusik Okay Okay Hier scheint nichts mehr zu sein Okay So dann Bei dieser schönen Musik Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr mehr wollt Sagt mir In den Kommentaren Wie es euch gefallen hat Und ob ihr mehr wollt Und Vielleicht auch mal zu zweit Oder allein Immer noch alleine Ich weiß mit Facecam Facecam Na bitte verzeiht mir Ich versuche so So schnell wie möglich Eine Facecam hinzukriegen Ähm Aber Ja ja Ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Kommentiert es Und Ähm Ja Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Haut da rein Leute Oh und ich brauche jetzt erst mal einen Baldrian Tee Sonst Ähm Kommt die Folge morgen nicht hoch Weil ich an Wegen dem Herzkammerflimmer nie über den Boden Rutsche wie ein Aal Naja Auf jeden Fall Haut da rein Bis zum nächsten Video Danke fürs Zuschauen Bis dann B